Einen schönen guten Morgen zusammen. Heute bin ich hier am Mönesee, hier an der Mönetalsperre und um hier mal zu schauen, wie weit hier das Wasser schon weg ist, im Gegensatz zu unserem Sorpelsee. Also viel besser sieht es ja auch nicht aus, eher sogar noch schlimmer. Schauen wir uns mal ein bisschen um, vielleicht habe ich die Drohne was fliegen zu lassen und ansonsten sehen wir uns später. Bis denn, tschulde, bis gleich. Bis denn, tschulde. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis dann. Ciao, ciao.